ja servus leute herzlich willkommen zu den preking elektronews der einzig wirklich seriösen informationskeller rund um das thema e-mobilität im internet inklusive youtube und heute mit einer ganz besonderen ausgabe denn das elektroauto wird ja gerade totgeredet und da schauen wir uns mal an ob da was dran ist folgende themen habe ich vorbereitet ferdinand dudenhöfer hersteller setzen auf verbrenner elektro boom bei bmw elektro boom bei vw mercedes kackt ab bmw macht's mit riemanns the community corner und der schnitzer der woche die nachrichten einige von euch werden es mitbekommen haben die sogenannten experten reden im moment das elektroauto tod wir hatten im ersten quartal 2024 in rückgang bei den verkäufen von elektroautos werden die verbrenner leicht zulegen konnten und unter anderem wird dann sowas behauptet für die autoindustrie bedeutet dass das man wieder verstärkt in den verbrenner geht diese diskussionen des ende des verbrenners die werden bei der autoindustrie sehr genau beobachtet und dieses elektrik ohne ist bei fast allen jetzt gestrichen wurde alle reden wir brauchen den verbrenner länger und welcher hersteller wird für diese these als beispiel herangezogen beispiel mercedes den link zu diesem video findet ihr natürlich auch unten in der video beschreibung jetzt gucken wir uns mal an wie die zahlen von diversen herstellern so aussehen wir beginnen mit bmw die ja immer technologie offenheit propagieren mit dem i3 aber schon früh dran waren mit einem vollelektrischen auto vielleicht ein bisschen zu früh die haben in 2013 diesen innovativen auf einer carbon karosserie aufbauenden kleinwagen vollelektrisch auf den markt gebracht und waren ihrer zeit voraus und jetzt gucken wir mal wie es mit elektroautos so läuft elektrif.net titelt bmw knackt bei den e-autos die millionenmarke die bmw group hat mit der aussieferung des einmillionsten vollelektrischen fahrzeugs seit dem markt statt des bmw i3 einen meilenstein erreicht in den ersten drei monaten des jahres 2024 konnte der konzern 82.700 vollelektrische fahrzeuge der marken bmw mini und rolls royce weltweit ausliefern elektrif.net geht dann auch noch ein bisschen auf die historie ein die ersten i3 hat bmw im november 2013 ausgeliefert und es hat immerhin bis ende oktober 2017 gedauert eher der 100.000 elektro bmw gebaut wurde das auto war natürlich sehr teuer und die elektroautos immer noch verschrien was hat sich ja mittlerweile verändert das sieht man auch am elektroauto wachstum bei bmw mit den 82.700 elektroautos im ersten quartal 2024 erzielte bmw einen bev wachstum von über 27,9 prozent gegenüber dem vorjahreszeitraum klar keine absolute sensation im wachstum aber es ist ein wachstum im ersten schwierigen quartal 2024 nach diesem umweltbonusskandal den die bundesregierung da verzapft hat und von heute auf morgen die umweltprämie gestrichen hat also trotz dieses wirklich negativen fakts hat man die vorjahreszulassungszahlen übertrumpft um knapp 28 prozent im ersten quartal 2023 waren es lediglich 64.647 elektro bmw die auf die straße kam die neue dynamik bekräftigt auch bmw in der aktuellen mitteilung wie gesagt das ist ein hersteller der immer wieder von technologie offenheit spricht und auch das wasserstoffauto noch weiter erforscht da aber nach meiner überzeugung nicht weil sie denken das ist die zukunft sondern weil sie fördermillionen vom land bayern unter anderem bekommen das zumindest meine mutmaßung die rede ist von einem deutlichen bv wachstum und die absatzsteigerung bei den vollelektrischen fahrzeugen erstreckt sich über alle großen weltregionen und dass das erste quartal schwierig ist sieht man auch an der einschränkung an die zahlen aus dem dritten oder vierten quartal 2023 kommt bmw zum jahresauftakt 2024 nicht heran aber wie gesagt das ist in meinen augen den politischen entscheidungen unserer bundesregierung geschuldet das gesamte wachstum von bmw verlief übrigens weniger dynamisch über alle antriebsarten marken hinweg konnte die bmw gruppe im ersten quartal 595.000 fahrzeuge ausliefern was nur ein geringer zuwachs von 1,1 prozent ist der elektroanteil lag somit bei 13,9 prozent nach elf prozent im vorjahreszeitraum also auch hier geht's bergauf obwohl die politik obwohl die autolobby gefühlt alles dafür tut um das elektroauto kaputt zu reden und aufzuhalten und das was mich als bmw fan besonders erfreut ist die dynamik bei den vollelektrischen fahrzeugen der marke bmw denn da konnte man knapp 79.000 batterie elektrische fahrzeuge ausliefern was einem zuwachs von 40,6 prozent entspricht die erfolgsmage im bmw konzern sind also nicht mini oder rolls reuss sondern das ist die kernmarke bmw da gibt es von mir einen daumen hoch jetzt werdet ihr sagen ja gut bmw und du bist bmw fanboy was ist denn mit den anderen herstellern dann schauen wir doch mal was bei vw so los ist da habe ich eine pressemitteilung von volkswagen rausgesucht die schreiben volkswagen group liefert im ersten quartal drei prozent mehr fahrzeuge aus da muss man ganz klar festhalten es handelt sich bei dem wachstum um verbrenner fahrzeuge bei den elektroautos gab es tatsächlich einen rückgang in der mitteilung heißt es fahrzeuge mit verbrennungsmotoren legten um vier prozent auf 1,97 millionen einheiten zu und über kompensierten damit den leichten rückgang um drei prozent auf 136.400 fahrzeuge bei vollelektrischen modellen also tatsächlich im ersten quartal 2024 hat vw leichte einbußen bei den zulassungen von elektroautos verkraften müssen wenn man sich aber anschaut wie sich das mit den elektroautos auf die verschiedenen regionen verteilt dann gehen einem auch die augen wieder ein bisschen auf in diesem segment bei den batterie elektrischen fahrzeugen konnten starke zuwächse in china plus 91 prozent den rückgang in europa minus 24 prozent wie schon erwähnt ich halte da diese streichen des umweltbonus für einen wichtigen faktor nicht vollständig ausgleichen es gibt aber auch hier wieder ein aber was zeigt dass sich das mit dem elektroauto und dem starken wachstum bei der elektromobilität eben nicht erledigt hat die bv auftragseingänge in westeuropa entwickelten sich allerdings von januar bis märz positiv es wurden mehr als doppelt so viele rein elektrische modelle bestellt wie im vorjahreszeitraum plus 154 prozent so dass der bv auftragsbestand aktuell bei rund 160.000 fahrzeugen liegt es wird dann auch noch eine vertreterin von volkswagen zitiert die sagt die höheren auftragseingänge für unsere reihen e modelle in europa stimmen uns zuversichtlich dass wir in diesem segment sowohl in unserer heimatregion als auch weltweit im gesamtjahr zulegen werden mehr als 30 modelleinführungen über alle antriebsarten in diesem jahr werden uns in den kommenden monaten rückenwind geben in der pressemitteilung wurde auch noch mal eine tabelle mit entsprechenden entwicklungen auf den verschiedenen märkten bei batterie elektrischen fahrzeugen beigefügt wir sehen also europa minus 24,3 prozent usa minus 16,2 prozent china wohlgemerkt die ja angeblich schon seit jahren aus der elektromobilität aussteigen plus 91,2 prozent wobei man auch sagen muss vw spielt dort nicht mehr die rolle wie noch vor ein paar jahren also die haben die marktführerschaft eingebüßt rest der welt plus 40,6 prozent und das ergibt dann insgesamt die minus 3,3 prozent aber ihr seht schon der europäische markt bei den vollelektrischen fahrzeugen ist für vw der wichtigste und da haben wir mit 24,3 prozent halt doch einen wesentlichen einbruch wenn man dann aber auch noch mal schaut auf welche marken sich das verteilt dann stellt man fest skoda zum beispiel hat zugelegt die können jetzt scheinbar den enyak in etwas größeren stückzahlen an die kunden ausliefern da warten ja manche ewig aufs auto volkswagen nahezu konstant mit einem leichten minus gut seat minus 24 prozent aber wenn man dann runter scrollt dann sieht man porsche minus 52,9 prozent der taikan verkauft sich im moment nur schleppend die kunden warten nach meiner überzeugung auf den vollelektrischen porsche macan und der wird dann hier auch wieder für ein dickes plus sorgen also auch modellwechsel können natürlich zu solch einer entwicklung wie sie der vw konzern bei batterie elektrischen fahrzeugen im ersten quartal 2024 erlebt hat beitragen also wir halten fest bmw hat im ersten schwierigen quartal 2024 sogar zuwächse gehabt knapp 28 prozent vw hat geringfügige einbußen gehabt bei den vollelektrischen fahrzeugen hat aber jetzt wieder volle auftragsbücher klar die haben auch eine preiskampagne gemacht im ersten quartal 2024 aber die autos waren einfach zu teuer weil der umweltbonus vorher aufgeschlagen war und jetzt kam halt dieser marktschock durch den plötzlichen wegfall und das muss ich daher erstmal alles wieder einleveln und es wird im jahr 2024 nach meiner überzeugung passieren und im jahr 2025 werden wir dann wieder ein ganz anderes wachstum sehen als in diesem jahr ob das auch für mercedes benz gilt da bin ich mir nicht ganz sicher denn die geben mir weiterhin keine autos zum testen wie soll es da auch was werden mit absatzsteigerungen eigentlich unmöglich auf jeden fall titel der elektrofunknet elektroabsatz von mercedes sinkt zum jahresauftakt das habt ihr davon mercedes benz cars hat im ersten quartal 47.500 elektroautos abgesetzt weniger als zum jahresauftakt 2023 und auch bei den vans ging der absatz zurück festhalten muss man dass mercedes bei allen antriebsarten rückgänge zu verzeichnen hatte also auch bei den verbrennern bei mercedes benz pkw also ohne nutzfahrzeuge ging der gesamtabsatz um acht prozent auf 463.000 fahrzeuge zurück womit der bv anteil hierbei 10,3 prozent lag also auch ein deutlich niedrigerer anteil als zum beispiel bei bmw auch die plug-in hybriden haben einen rückgang verzeichnen müssen von zwei prozent deren anteil lag konzernwert bei 19,5 prozent also in meinen augen eine relativ veraltete technik die noch einen hohen anteil am portfolio ausmacht das sagt natürlich auch was über die attraktivität von den elektroautos von mercedes aus wenn die von den technischen daten und dem preis leistungsverhältnis nicht überzeugen im vergleich zur konkurrenz dann hat man da halt rückgänge und nicht jedem gefällt der weg den mercedes mit den eqs eqe und sonstigen eq fahrzeugen geht immer mehr bling bling immer verspielter früher war mercedes ja noch elegant und jetzt wirkt es teilweise so ein bisschen wie in naja ich will es jetzt nicht sagen aber der innenraum wirkt nach meiner überzeugung schon eher so als würde man die kundschaft im spieleparadies suchen begründet wird das ganze von mercedes natürlich auch so halb gar lediglich zur lage in deutschland gibt es eine konkrete aussage der stuttgarter in deutschland bleibt mercedes benz im ersten quartal marktführer und premium segment allerdings verlangsamte sich die verbrauchernachfrage nach bevs nach dem abrupten ende eine steueranreiz ist ja da muss man dann halt über nachlässer versuchen die kunden wieder für sich zu gewinnen und wenn man das nicht in ausreichendem maße tut dann verkauft man halt weniger fahrzeuge das ist zumindest jetzt erstmal meine analyse dazu denke man kann jetzt aus diesen drei beispielen von deutschen herstellern schon herauslesen dass es eine durchwachsene bilanz ist was die elektromobilität im ersten quartal 2024 betrifft natürlich nach dem wegfall der umweltprämie war das zu erwarten das kommt jetzt nicht überraschend euch wird sicherlich auch nicht überraschen daraus aus diesem schwachen ersten quartal 2024 jetzt aber eine abkehr der kundschaft von elektroautos zu machen ist in meinen augen absolut lächerlich man kann natürlich die sachen immer so hindrehen wie sie einem passen ich bin pro elektroauto also drehe ich es mir so hin dass es auch in meinem narrativ passt aber muss sollte doch jetzt einfach mal abwarten wie sich 2024 weiter entwickelt bevor man das elektroauto totredet bei einem autohersteller bin ich mir relativ sicher dass die erfolgsmeldungen nicht abreisen werden und das ist bmw und mit ein grund für diesen optimismus ist die nachfolgende presse mitteilung bmw group und riemats technology vereinbaren langfristige partnerschaft riemats technology ist ja bekannt unter anderem für den porsche taycan für die akkutechnologie und die ladetechnologie im premium segment kann man von diesem wissen sicherlich sehr gut profitieren und deshalb finde ich diese zusammenarbeit von bmw mit riemats auf jeden fall positiv es heißt dann weiter ziel der zusammenarbeit ist die gemeinsame entwicklung und produktion von innovativen lösungen im bereich der hochvolt speichertechnologie für ausgewählte batterie elektrische fahrzeugprojekte als ich vermute mal die technologie wird eher nicht im 1er bmw zum einsatz kommen oder mini sondern hier reden muss sicherlich eher von 7er bmw 5er bmw vielleicht noch der 4er bmw und darunter wird es dann wahrscheinlich schon enger gut 3er wahrscheinlich auch noch und da wird man schon differenzieren dass diese technik die sicherlich dann auch ein bisschen teurer ist er in den hochpreisigen fahrzeugen zum einsatz kommt leider gibt es noch keine einzelheiten was genau diese zusammenarbeit beinhalten wird dazu schreibt bmw lediglich die beiden partner werden zu einem späteren zeitpunkt weitere einzelheiten über die form den umfang und den inhalt der strategischen zusammenarbeit bekannt geben unabhängig davon was dann letzten endes dabei rauskommt ich gehe davon aus dass die elektroautos von bmw von dieser zusammenarbeit erheblich profitieren werden und deshalb bleiben die auch attraktiv als elektroauto hersteller und werden im markt der batterie elektrischen fahrzeuge sicherlich ein gewichtiges wort mitreden auch in der zukunft ist zumindest meine überzeugung die erste mail der heutigen community corner die kommt vom dennis der schreibt hallo ihr haben noch richtige anrede erste elektrische erfahrungen sammelte ich im august 2022 mit einem 45 kmh e-roller der marke horwin dazu hat er auch fotos mitgeschickt die reichweite beträgt ca 70 kilometer und der verbrauch liegt bei ca einem euro auf 100 kilometer genügend stauraum ist unter sitz und durch das top g ist ebenfalls vorhanden macht echt spaß das teil kann ich mir vorstellen sicherlich mehr spaß als ein verbrenner roller im januar 2023 entschied sich meine freundin für einen dacia spring als jahreswagen der kleine wird für ihre arbeit eingesetzt und fährt sechs tage die woche circa 60 bis 70 kilometer pro tag stop and go über die umliegenden dörfer und dafür ist das auto wie gemacht da reicht die akkukapazität aus wenn man über nacht das auto wieder aufladen kann und im stop und go verkehr ist ein elektroauto sowieso dem verbrenner um meilen überlegen so hat sie bis jetzt in einem jahr genau 20.000 kilometer zurückgelegt und das mit dem 28 kilowattstunden akku dank unserer wallbox kein problem sie ist sehr zufrieden mit dem kleinen und möchte nie mehr zum verbrenner zurück auch mit dem dacia spring kann man zufrieden sein leute wenn das zum anforderungsprofil passt wie in dem fall spitzen auto im august 2023 war ich dran ich habe ein tesla model 3 in der super seltenen farbe weiß im abverkauf vor dem highland modell bestellt also glückwunsch dass du einen weißen erwischen konntest dennis das ist natürlich der wird in zukunft mal viel wert werden der preis war inklusive förderung bei circa 33.500 euro einfach und schlagbar das sehe ich auch so da hast du viel auto fürs geld bekommen mit dem tesla sind wir direkt nach der abholung für ein paar tage nach holland gefahren es lief alles perfekt weil wir keine app zum freischalten der ladesäulen brauchten sehr witzig lieber dennis der tesla macht mir richtig spaß und ich werde auch niemals zum verbrenner zurückkehren viele grüße dennis und das freut mich natürlich zu lesen dass ihr zufrieden seid mit eurer elektromobilität hier haben wir dann das erste foto hier der roller also die ersten kontakte zu elektromobilität und dann ging es ja wirklich ratzfatz bei dennis und seiner freundin hier das top case wo viel stauraum geboten wird dann haben wir da den dacia spring der wurde ja dann letztes jahr für rund 11.000 euro verkauft ich weiß nicht ob die freundin da zugeschlagen hat wahrscheinlich war sie zu früh dran aber das war natürlich ein spitzenschnapper wer da zugeschlagen hat hier das auto auch noch mal von vorne und er sieht ja auch nicht schlecht aus und das facelift sieht auch so viel anders in meinen augen nicht aus wird jetzt aber teurer verkauft mit ähnlicher technik für mich unverständlich egal die hauptsache ist die freundin von dennis ist zufrieden damit und hier haben wir das ist kein photoshop tatsächlich ein weißes tesla model 3 das ist natürlich der wahnsinn da muss man schon richtig glück haben um in weißen tesla zu bekommen hier dann wahrscheinlich eine aufnahme aus holland also ich kann euch beide zu euren tollen elektroautos nur ganz herzlich beglück wünschen und natürlich auch zum elektroroller und wünsche euch mit euren eflitzern allzeit knitterfreie fahrt die nächste mail kommt vom rené aka iron rabbit der fährt übrigens auch bei unserer sim racing championship stil oder band championship mit also der ist auch voll elektrisch unterwegs und das mit einem richtig tollen elektroauto der schreibt hallo er haben erleuchte und meister der kurzen reitschnur das stimmt überhaupt nicht also nicht richtige anrede da du das gemeine volk darum gebeten hast sende ich dir heute einmal ein paar bilder von meinem schwarzen kleiter die junta zeichen möchte ich auch noch gegen schwarze tauschen also wird auch getunt am fahrzeug getunt in anführungszeichen seit oktober fahre ich jetzt dieses tolle gefährt und bin total happy das beste auto das ich bisher hatte viele grüße aus der lausitz tief im osten hinter dem erzgebirge wo auch immer das sein mag rené alias iron rabbit und jetzt schauen wir uns diesen schwarzen kleider mal an und ihr seht es ist ein hyundai ionic 6 in meinen tests bisher das schnellste langstrecke auto überhaupt effizient und eine wahnsinnige ladeleistung dass natürlich eine kombination die auf langstrecke willkommen ist wenn man stress haben will ich habe es ja lieber ein bisschen gemütlicher dann haben wir hier das auto auch noch mal bei einem marine treffen also hier ist dann irgendwo sicherlich der hafen das sieht hier auf jeden fall nach schifffahrt aus ihr werdet das sicherlich bestätigen unten im video und hier haben wir dann auch noch den beweis dass die klappen und türen aufgehen diesen beweis ist zum beispiel der dennis mit seinem tesla model 3 und auch seine freundin mit dem dacia spring schuldig geblieben stopg ist vom e-roller ging auch nicht auf egal ich kann dich auf jeden fall zu diesem richtig tollen elektroauto nur ganz herzlich gratulieren lieber iron rabbit lieber rené und ich wünsche dir mit dem hyundai ionic 6 allzeit knitterfreie fahrt die letzte mail der heutigen community corner die kommt vom carsten der fährt ein auto wo es eigentlich keines beweis ist der vollen funktionsfähigkeit aller türen und klappen bedarf aber egal wir lesen rein hallo michael verkünder beschützer der elektromobilität richtige anrede nicht zuletzt bis auch du es gewesen der uns zum kauf unseres neuen familienmitgliedes veranlasst hat einen i4 40 also ihr seht beste auto auf der jansen welt wir fahren schon seit gut dreieinhalb jahren elektrisch und sind mit unserem id3 first auch sehr zufrieden auch das gibt es aber da wir bald drei fahrer in unserer familie haben wollten wir uns nicht um ein auto streiten also musste ein zweites auto her ein verbrenner kam für den carsten und familie nicht in frage so hatten wir die wahl zwischen einem id7 sicherlich auch ein tolles auto bekomme ich bald als testwagen bin sehr gespannt drauf oder eben den i4 letztendlich war es eine baurentscheidung zum bmw aber auch deine berichte waren nicht ganz schuldlos da fühle ich mich geehrt lieber carsten ende oktober 2023 haben sie dann den i4 bestellt zur ausliebung im märz 24 tja dann mit der ende januar hieß es auf einmal von bmw ihr wagen wird gerade gebaut und lieber termin sechste siebte kalenderwoche und so konnten wir am 17 zweiten unseren wunderschönen neuen renner oder auch bieber nahezu voll ausgestattet in unserer wunschfarbe petrol mecca metallic übernehmen auch eine schicke farbe aber halt kein brocklen creme metallic wir sind seitdem super zufrieden jedes mal ist es ein positives gefühl ins auto einzusteigen eben freude am fahren den ersten tausender haben sie schon voll gemacht endem jetz geht es dann auf eine erste große fahrt hier aus dem bremer raum nach stuttgart und zurück wir freuen uns macht weiter so grüße aus dem norden carsten und dann schauen wir uns dieses schätzchen mal an hier haben wir schon das erste foto und ich muss schon zugeben die farbe gefällt mir auch etwas besser als mein brocklen creme metallic vor allen dingen sieht man dann auch die bieber zähnchen nicht so deutlich schicke felgen hatte er hat das m paket also alles richtig gemacht hier seht ihr dann auch mal dass alle klappen und türen aufgehen wurde hauber dazugelassen ist wie gesagt beim i4 sowieso überflüssig das zu beweisen hier sehen wir dann auch noch mal die rahmenlosen scheiben und er scheint hier auch carbon kappen nachgerüstet zu haben ist das serie ich glaube dass das serie ist das hat er wahrscheinlich nachgerüstet also lieber carsten ich beglückwünsche dich und deine familie ganz herzlich zu diesem tollen elektroauto fuhrpark und wünsche euch mit euren elektro flitzern allzeit knitterfreie fahrt der heutige schnitzer der woche der ist mal ein bisschen ungewöhnlich denn ich möchte mal zeigen welche schlechten erfahrungen manche elektroautofahrer oder auch autofahrer im allgemeinen mit dem service von herstellern machen und da ist es dann egal ob das hyundai ist ob das kia ist ob das mg ist ob das bmw ist you name it und beispielhaft habe ich jetzt hier mal eine mail rausgesucht hier schreibt mir der heiko seid gegrüßt erhaben und könig aller e youtuber richtige anrede wir wurden durch verschiedene youtuber tests berichte auf den mg4 aufmerksam habe ich zufällig ja gerade bei mir vor der tür stehen wir haben dann auch eine probefahrt meine frau und meine wenigkeit gebucht das auto hatte uns dann auch so begeistert dass wir dieses auto sofort aus dem bestand bestellt hatten zwei wochen später hatten wir das auto dann auch abgeholt eine renommierte mercedes autohauskette nähe stuttgart eine lieferzeit die bis dahin nur tesla hinbekommen hatte mein model 3 brauchte genau acht tage also das kauf erlebnis scheint schon mal positiv gewesen zu sein aber das ist natürlich nicht alles wenn man sich ein auto kauft meine frau fuhr dieses auto als daily driver und war besonders aufgrund der wendigkeit den bequemen einstieg und gutem kofferraum von diesem auto begeistert aber es kam wie es kommen musste im letzten november hatten wir auf der landstraße einen wildunfall sowas passiert ab und zu da kann man nichts machen wenn so ein vieh plötzlich ein vors auto springt das auto ging in die werkstatt die versicherung machte keinerlei probleme und erteilte zeitnah die freigabe daraufhin bestellte die werkstatt die benötigten ersatzteile seitdem steht das auto und der werkstatt und wartet auf die ersatzteile mittlerweile vier monate und sowas geht natürlich überhaupt nicht ob ich jetzt an den andy denke mit seinem hyundai ioniq 5 und dem problem die er damit hat an den auto mit seinem kia ev6 gt solche sachen die muss man als hersteller die muss man einfach vernünftig lösen denn das nächste auto wird dann garantiert kein auto mehr der marke vielleicht gar kein auto mehr in zukunft wenn man so schlechte erfahrungen macht zwischenzeitlich hatte ich bereits zweimal den kontakt mit mg deutschland gesucht ich erhielt zwar jedes mal zeitnah einen rückruf jedoch wollte man keine belastbare aussage machen bis wann die teile da sein sollen anfang märz habe ich dann das auto aus bei dem wir gekauft hatten kontaktiert und mit der wandlung des kaufes gedroht hierauf rief mich sofort der vertriebsleiter des auto hauses an und entschuldigte sich tausend mal das auto haus kann in der regel nichts dafür aber ist halt der vertragspartner in dem fall von dem kunden das auto wird ja nicht über ein agentur modell bei mg nach meinem kentenstand verkauft sondern da verkauft wirklich der händler ich habe mich dann bereit erklärt bis anfang april auf die teile lieferung zu warten nach fruchtlosem verstreichen der frist werde ich aber die wandlung weiter betreiben jetzt die frage wie ist es ausgegangen ich habe noch keine aktualisierung vom heiko bekommen falls du das siehst heiko schreibt mir noch mal es wäre toll wenn du in deinem youtube kanal auch mal über solche dinge sprechen würdest denn ein gutes auto macht nicht unbedingt glückliche besitzer oder wie ein altes sprichwort sagt das erste auto verkauft die marke das zweite die werkstatt mit freundlichen grüßen heiko wieder mal ein beispiel für einen elektroautofahrer der unter schlechtem service eines herstellers leiden muss vier monate vielleicht fünf monate auf das auto warten zu müssen nach einem wildunfall ja das ist in meinen augen inakzeptabel ich weiß auch nicht was die hintergründe sind ob die ersatzteilversorgung von mg in deutschland nicht gut ist das muss es ja letzten endes sein sonst hätte er sein auto ja schon wieder aber eins muss ich auch feststellen ich ziehe eine lehre aus diesen vorfällen die mir da in den letzten monaten von euch geschildert wurden wenn sowas bei mir mal vorkommen sollte werde ich direkt zum anwalt gehen und mich juristisch schon treten lassen denn ich denke wenn man einen anwalt einschaltet dann wird man noch mal ganz anders behandelt und da kommt auch ein bisschen mehr druck dahinter und das wäre auch meine empfehlung an euch auch wenn ihr irgendeine garantie angelegenheit habt geht direkt zum anwalt auch wenn das initial erst mal geld kostet letzten endes erspart euch unter umständen ärger damit und wenn einen rechtsschutz einen verkehrsrechtsschutz hat dann deckt die auch solche fälle übrigens ab das nur zur info aber ungeachtet von diesen lehren die wir aus solchen fällen ziehen können ist das auf jeden fall für mich ja und an dieser stelle möchte ich mich wie immer bei euch bedanken für eure zuschriften für eure hilfe für die informationen rund um die elektromobilität vielen dank dafür ohne euch würden die breaking elektro news nicht möglich sein deshalb schreibt mir weiter mails vielen dank und ansonsten war es das für die heutige ben ausgabe wenn ihr frei habt anregungen oder kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst daumen hoch da und abo ist wohl obligatorisch sonst verpasst ihr das nächste video